Miriam Z. kommt mit Networking Events nicht besonders gut klar. Auf einem Get-Together bei einer Messe beobachtet sie, wie effiziente Profi-NetworkerInnen ihre Kontakte pflegen. Die Effizienten geben einem das Gefühl, dass man interessant und wichtig für sie ist. Routiniert und geschickt finden sie in kurzer Zeit heraus, ob es sich lohnt, jemanden näher kennenzulernen. Sie checken ihn und sein Potenzial mit gezielten Fragen. Sie verabschieden sich mit einem raschen »Wir bleiben in Kontakt«, um kurz darauf wieder jemand Neuen zu checken. Und ich? Ich bin herumgestanden und habe bislang immer noch mit niemandem geredet. Den Effizienten gelingt es, einen anzusprechen und für ihr Anliegen zu gewinnen. Das Indefinitpronomen »mann« steht nur im Nominativ. Im Dativ wird »einem« im Akkusativ »einen« verwendet. Die Indefinitpronomen »jemand« und »niemand« sind grammatikalisch gesehen maskulin. Routiniert und geschickt finden die Effizienten in kurzer Zeit heraus, ob es sich lohnt, jemanden näher kennenzulernen. Sie checken ihn und sein Potenzial mit gezielten Fragen. Im Akkusativ und Dativ können sie dekliniert werden. Man verwendet dann die Deklinationsendungen des bestimmten Artikels »der«. Meist werden die Endungen jedoch weggelassen. Möchte man die Unbestimmtheit verstärken, dann kann man statt »jemand« »irgendjemand« verwenden. Routiniert und geschickt finden die Effizienten in kurzer Zeit heraus, ob es sich lohnt, irgendjemanden näher kennenzulernen. In der Umgangssprache kann man statt »irgendjemand« auch »irgendwer« bzw. »irgendwen« oder »irgendwem« verwenden. Jemand, »irgendjemand« und »niemand« können mit einem substantivierten Adjektiv kombiniert werden. Das Adjektiv wird dann »dekliniert«. Und dann ist da noch Typ 3. Das sind die Effizienten. In einem Wahnsinns-Tempo sammeln sie Kontakte, aber nicht »irgendwelche«. In solchen Situationen wünsche ich mir sehnlichst, eine Networking-Strategie zu beherrschen. Einfach »irgendeine«. Wenn man sich auf eine »Sache« bezieht, die man nicht näher bezeichnen möchte oder kann, kann man im Singular das Indefinit-Pronomen »irgendein« verwenden. Die Effizienten sammeln in einem Wahnsinns-Tempo Kontakte, aber nicht »irgendwelche«. Im Plural verwendet man »irgendwelche«. Die Pronomen »irgendein« und »irgendwelch« werden wie die bestimmten Artikel »der«, »das«, »die« und »die« dekliniert. Ich stehe herum und warte darauf, dass mich irgendeiner anspricht. In der Umgangssprache kann man »irgendein« und »irgendwelch« auch für Personen verwenden. Das kann jedoch leicht respektlos klingen.